Ich bin der Hans. Ich bin der Florian. Als Leiter der Forschung und Entwicklungsabteilung versuche ich gemeinsam mit meinem Team neue Technologien zu evaluieren, um diese sinnvoll in die Firma zu integrieren, Erfolge zu erzielen und im Endeffekt daraus einen Mehrwert für jeden Kunden zu generieren, im Sinne von Stabilität, Effizienz als Dienstleister zu gewährleisten. Aus meiner Sicht Leidenschaft. Einfach das Gefühl bei der täglichen Arbeit, man macht sein Hobby zum Beruf. Es geht nicht nur darum, dass man die Arbeit abarbeitet, Probleme löst, sondern einfach auch die Arbeit mitgestaltet und Leidenschaft mitbringt. Unendlich viel Geld gibt unendlich viele Probleme, glaube ich dann. Aber wahrscheinlich würde ich das Gleiche tun, was ich jetzt tue, nur ein bisschen entspannter, selbstbestimmter und wahrscheinlich luxuriöser. Eine Firma, bei der ich mich bewerben würde. A Bre's A Bells Vielen Dank.